Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 25, Private Equity als Anlageklasse. Hallo und schönen guten Tag, hier ist wieder Michael Schulte mit einem neuen Beitrag zum Thema Kapitalanlage. Dieses Mal möchte ich mal eine ganz neue Anlageklasse vorstellen. Ich habe ja bisher schon einiges erzählt über die drei klassischen Erträge, also Dividenden, die von Aktiengesellschaften gezahlt werden, Mieten, die aus Immobilienbesitz herkommen und Zinsen, die aus festverzinslichen Wertpapieren kommen. Das sind auch so die drei gebräuchlichsten Anlageklassen, wenn man sich mit Kapitalanlage beschäftigt. Es gibt aber auch noch andere Anlageklassen und eine sehr interessante möchte ich heute mal vorstellen, die man in Deutschland kaum kennt, die auch einen sehr schlechten Ruf hat. Ich sage nur Heuschrecken-Debatte, die damals von Frank Müntefering ausgelöst wäre, da werde ich noch kurz darauf zurückkommen. Die aber in anderen Ländern, also natürlich allen vorneweg in den USA als ganz normale und wichtige Anlageklasse gilt, häufig in Stiftungsportfolios sogar größere Anteile als Aktien hat. Ja, was ist denn das eigentlich, Private Equity? Equity, das ist ein Wort, das vielleicht der ein oder andere erkennt. Viele Fonds heißen irgendwie mit Equity am Schluss, dann sind es immer Aktienfonds. Also Equity heißt erstmal nur Aktie, beziehungsweise streng genommen nicht Aktie, sondern Anteil, Anteilsschein. Denn der Begriff Private for Equity sagt eben, dass es gerade keine Aktie ist, also kein börsengelistetes Investment, sondern ein privat gehandeltes Investment. Ich kann also ein Private Equity Investment nicht an der Börse handeln. Das ist der wichtige Unterschied zur börsengelisteten Aktie. Interessant ist, dass diese Anlageklasse eigentlich schon deutlich älter ist als Aktien. Wenn man mal googelt, was ist eigentlich die älteste Aktie der Welt, dann wirkt man immer wieder auf diese schwedische Kupfermine, Stora, Kopper, Bergers, Berkslags, Aktie, Bollack, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Stoßen. Die gibt es also schon im 13. Jahrhundert. Allerdings gab es von dieser Firma nur acht Aktien. Letztendlich war es also eine Gesellschaft von acht Menschen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, naja, komm, wir kriegen jeder den gleichen Anteil und wir nennen das dann mal Aktie. Die Aktien wurden aber nicht irgendwie gehandelt. Man konnte jetzt keine Aktien an dieser Kupfermine kaufen. Deshalb gilt das eigentlich nicht. Denn das war keine Aktie, die ein Privatinvestor erwerben konnte. Tatsächlich handelbare Aktien, also dass sich Unternehmen über die Ausgabe von Aktien finanziert haben und dass es auch eine Börse gab, das ist tatsächlich erst um 1600 herum geschehen. Dann gab es die East India Company, die haben sich also mit großen Schiffen und T-Klippern Geschäfte mit Indien gemacht. Das war wirklich ein börsennotiertes Unternehmen, das auch Geld von Privatinvestoren eingesammelt hat. Und nicht lange danach, im Jahr 1612, hat dann auch die erste Börse aufgemacht. Und lustigerweise in Amsterdam, also nicht in London, sondern die erste Börse gab es in Amsterdam. Und an dieser Börse konnten dann tatsächlich auch Privatpersonen Aktien handeln. Also das kann man sich so festhalten, das Jahr 1600, also das frühe 17. Jahrhundert, das war so der Beginn der Aktienkultur. Private Equity dagegen ist noch viel, viel älter. Und es ist ganz erstaunlich, dass die Beispiele dieser frühen Private Equity Gesellschaften jeder kennt. Ich habe also auch erst mal gestaunt, dass das Beispiele für Private Equity sind, aber tatsächlich ist das so. Also Marco Polos China Expedition war eine Private Equity Expedition. Auch Kolumbus Indien Exposition, also er hat ja damals Amerika entdeckt und nicht Indien, war eine Private Equity Expedition, die also mit externen Kapitalgebern finanziert wurde. Also im Fall von Christoph Kolumbus sogar mit einem öffentlichen Kapitalgeber, nämlich der spanischen Krone. Und das sind die ersten Beispiele, die also schon aus dem 13. Jahrhundert stammen. So alt ist diese Anlageklasse. Auch hier muss man natürlich sagen, dass die Private Equity als echte Anlageklasse für Privatinvestoren auch erst später stattgefunden hat. Aber die Möglichkeit der Finanzierung, die ist tatsächlich schon im 13. Jahrhundert mit Private Equity gestartet. Ja, was ist das jetzt? Also damit man das ein bisschen fassen kann. Letztendlich sind Private Equity Gesellschaften Beteiligungsgesellschaften. Eine der bekanntesten Beteiligungsgesellschaften, die ich auch immer wieder zitiere, ist die Firma von Warren Buffett. Warren Buffett wird häufig als erfolgreichster Investor aller Zeiten bezeichnet. Er ist Chef und Hauptinhaber der Firma Berkshire Hathaway, die er seit 1964, also jetzt tatsächlich seit 60 Jahren leitet. Das wäre auch mal ein Anlass für einen Sonderpodcast, fällt mir gerade ein. Das werde ich mal tun. Und dieses Unternehmen Berkshire Hathaway war ursprünglich mal ein Textilunternehmen, hat dann aber unter der Leitung von Berkshire Hathaway, unter der Leitung von Warren Buffett, tatsächlich einsehen müssen, dass das nicht mehr so richtig ertragreich ist. Und Warren Buffett hat dann dieses Unternehmen letztendlich als leere Hülle genutzt, um sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Er hat also andere Unternehmen aufgekauft. Heute hat Warren Buffett sehr viele andere Aktiengesellschaften, aber ganz besonders früher hat er sich eben auch an Unternehmen beteiligt, die nicht börsennotiert sind. Also Beteiligungsgesellschaften beteiligen sich nur an anderen Unternehmen. Das sind häufig Holding-Strukturen. Also so eine Holding, die macht eben nichts selber, sondern beteiligt sich einfach nur mit ihrem Stammkapital an anderen Unternehmen. Wenn ich mich jetzt als Privatanleger an der Firma Berkshire Hathaway beteilige, also einfach deren Aktie kaufe, dann bin ich automatisch am Aktienkorb, am Portfolio von Warren Buffett beteiligt. Und dieses Portfolio umfasst etwa 40 bis 50 Einzelunternehmen. Letztendlich ist das also auch nichts anderes als ein Investmentfonds, der aber eben nicht als Fonds aufgelegt ist, denn es gibt halt auch gerade in Europa eine Menge Randbedingungen, die für Investmentfonds gelten. Sondern ein solches Beteiligungsunternehmen hat viel mehr Freiheiten. Beispiel, Berkshire Hathaway hat als größte Beteiligung die Apple-Aktie. Über 50% des gesamten Kapitals der Berkshire Hathaway stecken in der Apple-Aktie. Das heißt, wenn ich also eine Berkshire Hathaway-Aktie kaufe, dann habe ich damit zur Hälfte eigentlich eine Apple-Aktie gekauft. Das wäre in einem Investmentfonds unmöglich. In einem europäischen Fonds müssen maximal Positionen auf 10% beschränkt sein. In der Regel sind die meisten Positionen bei 5%. Private Equity, man merkt es also, hat deutlich mehr Freiheiten, ist deswegen auch riskanter und deshalb in Deutschland gar nicht möglich. Also ich kann mich als Privatinvestor nicht an Private Equity-Gesellschaften, also an nicht börsennotierten Unternehmen beteiligen. Außer ich gehe an den sogenannten grauen Kapitalmarkt, wo es diese ganzen schönen Steuersparmodelle gibt und beteilige mich auf diese Art und Weise an Unternehmen. Oder werde zum Beispiel Kommoditist in einer KG oder Gesellschafter in einer GmbH. So kann ich mich natürlich auch beteiligen. Das geht dann aber nicht über den Kapitalmarkt. Das muss ich dann mit der Gesellschaft selber verhackstücken. Ja, warum ist diese Anlageklasse trotzdem interessant? Man kann sich auch in Deutschland an Private Equity-Gesellschaften beteiligen, indem man das quasi über Bande macht. Die Idee ist relativ einfach und funktioniert genauso wie im Fall der Berkshire Hathaway über eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Es gibt auch in Deutschland Holding-Gesellschaften, die sich an mittelständischen Unternehmen beteiligen. Die kennt nur kein Mensch, weil die eben keine Produkte haben, weil die keine Werbung machen, sondern weil es eigentlich nur Vehikel sind, die für Kapitalanleger interessant sind. Die größten deutschen Beteiligungsgesellschaften, die heißen zum Beispiel Indus oder Aurelius, wird wahrscheinlich so gut wie niemand kennen, außer er hat sich mal tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Was machen jetzt diese Beteiligungsunternehmen? Die suchen sich den Markt der nicht börsennotierten Unternehmen an, also gerade so die Mittelständler in Deutschland und kaufen Beteiligungen an diesen Unternehmen, also tatsächlich GmbH-Anteile. Die gehen wirklich zu den Firmen hin, verhandeln mit denen und kaufen sich in diese GmbHs zum Beispiel ein. Man kann sich vorstellen, dass das Anlageuniversum für diese Firmen um Größenordnungen größer ist als das, was an der Börse gelistet ist. Schauen wir uns nun mal Deutschland an. In Deutschland gibt es so knapp 450 Unternehmen, die an der Börse gelistet sind und mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz machen. Dagegen gibt es, festhalten, 16.000 nicht börsengelistete Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Jahresumsatz. Also alleine schon, die Unternehmen sind nicht mal kleiner als die börsengelisteten, sondern es gibt viel mehr auch große Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Nehmen wir einfach mal ein ganz berühmtes Beispiel. Beispiel Aldi. Aldi ist einer der weltgrößten Handelskonzerne, nicht an der Börse gelistet. Niemand kann als Investor bei Aldi einsteigen, ohne dort direkt mit dem Management und den Eigentümern, also der Aldi-Familie zu sprechen und zu sagen, Mensch, liebe Leute, ich würde mich gerne mal in euer Firmenkonglomerat einkaufen. Wie mache ich das denn? So, und dann muss man mit denen verhandeln, damit das geht. Das wollen die aber nicht. Die wissen ganz genau, dass das bei denen in der Familie am besten aufgehoben ist. Das andere Beispiel ist der Konkurrent von Aldi. Das ist Lidl. Lidl gehört zur Schwarzgruppe. Lidl-Schwarzgruppe. Die sind als Stiftung organisiert. Auch da kann man sich nicht einfach einkaufen, weil die nicht börsennotiert sind. Man sieht also, dass das durchaus Unternehmen gibt, die nicht an der Börse gelistet sind, die trotzdem riesig groß sind und die auch erfolgreich und gut sind. Es besteht keine Notwendigkeit für Unternehmen, an der Börse gelistet zu sein. Ganz im Gegenteil. Es gibt immer wieder auch Unternehmen, die sagen, also sorry, war ja eine schöne Zeit an der Börse, Aber wir haben genug davon. Denn man glaubt nicht, was das für ein Aufwand ist, um an der Börse gelistet zu sein. Man muss dafür ja eine eigene Abteilung haben, die sich also Investor Relations nennt, die nichts anderes macht, als ständig irgendwelche Neuigkeiten rauszuhauen. Man muss als Vorstand extrem vorsichtig sein, was man sagt. Es gibt immer wieder Negativschlagzeilen, dass irgendjemand eine Information, die für die Aktionäre wichtig gewesen wäre, zu spät rausgegeben hat. Das ist also ein ganz anderes Geschäft. Bei Aldi zum Beispiel, wir wissen nicht mal, wie der Umsatz oder der Gewinn von Aldi ist. Das kann man schätzen. Aber niemand weiß das. Aldi muss das nicht veröffentlichen. Das ist deren Firma und die dürfen ihre Zahlen geheim halten. Das darf eine Aktiengesellschaft nicht. Eine Aktiengesellschaft muss diese Zahlen veröffentlichen. Und wenn da Fehler drin sind, dann kriegen die ganz übel eins auf die Finger und der Vorstand geht im schlimmsten Falle in den Knast. Deshalb will gar nicht jedes Unternehmen an die Börse. Die Börse ist eigentlich eine Art der Finanzierung. Also wenn ich Aktien ausgebe, dann möchte ich mit dem eingenommenen Kapital, was ich über die Aktien verdient habe, eingenommen habe, expandieren. Man möchte also sehr schnell den Markt erobern. Private Equity sind Gesellschaften, die eher organisch wachsen. Das heißt, sie haben nur das eigene Kapital und das Kapital, was sie aus reinvestierten Gewinnen zurückgelegt haben. Und dadurch können sie dann wachsen. Man sieht also, das ist durchaus interessant, sich an nicht börsennotierten Unternehmen zu beteiligen. Die Frage ist nur erstens, wenn es davon so viele gibt, wie finde ich die denn? Das ist eben genau die Expertise, die die Beteiligungsgesellschaften haben. Aber auch da muss ich jetzt wieder eine Warnung aussprechen. Es gibt in Deutschland ungefähr 50 Beteiligungsgesellschaften. Warum jetzt ausgerechnet deutsche Beteiligungsgesellschaften? Vielleicht sollte man sich lieber an taiwanesischen oder was weiß ich nicht, amerikanischen Gesellschaften beteiligen. Also welche Beteiligungsgesellschaft ist denn jetzt die richtige? Ich muss mir ja dann deren Geschäftsberichte angucken. Und das ist jetzt die nächste Stufe. Ich kann mir also als Fondsmanager denken, warum sollte ich einzelne Aktien kaufen? Ich kann doch auch Beteiligungsgesellschaften, also Private Equity Gesellschaften kaufen. Ich kann doch selber die Aktie von Berkshire Hathaway kaufen und damit Apple Aktien und so weiter mit im Portfolio haben. Ich kann doch Indus oder Aurelius Aktien kaufen. Das sind börsennotierte Unternehmen, die sich zusammensetzen aus GmbH, KGs und was weiß ich nicht, also alles an nicht börsennotierten Unternehmen und habe damit über Bande diese Anlageklasse Private Equity im Depot. Und das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Ich schaffe es, durch diese Beteiligungsgesellschaften mich an einer Anlageklasse zu beteiligen, die mir ansonsten nicht oder aber nur über den etwas schmuddeligen grauen Kapitalmarkt mit sehr hohem Risiko zugänglich ist. Und wenn ich das Ganze über einen Investmentfonds mache, habe ich auch noch die Sicherheit, dass der Fondsmanager sich diese Einzelaktien, also die Beteiligungsgesellschaften, genau anguckt und prüft, was machen die denn da bei Aurelius? Haben die sich irgendwo verrannt? Oder haben die ein vernünftiges Geschäftsmodell, was funktioniert? Dass das funktionieren kann, sieht man bei Berkshire Hathaway. Das ist eines der größten Unternehmen der Welt und mit durchschnittlich, ich glaube, 17 oder 18 Prozent Rendite pro Jahr seit 1964. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist unglaublich, was da der Zinseszinseffekt schon gebracht hat. Also dass diese Art der Beteiligung hochinteressant sein kann. Und die Kunden, die in meiner Income-Strategie sind oder der Investmentrente, die kennen auch alle einen solchen Fonds. Die haben nämlich fast alle eine Private Equity Anlageklasse in ihrem Depot. Denn das Schöne ist an diesen Private Equity Gesellschaften, dass die zum Teil sehr hohe Dividenden ausschütten. Und diese Dividenden werden durch die Holding-Gesellschaft, durch die Beteiligungsgesellschaft natürlich direkt weitergeleitet. Und bei diesem Fonds, den ich in der Income-Strategie drin habe, gibt es teilweise Dividenden-Ausschüttungen im zweistelligen Bereich. Das ist für ein börsennotiertes Unternehmen undenkbar. Also wenn wir mal so die klassischen Dividenden-Aristokraten uns angucken, dann haben die Dividenden von 4%, wenn es hochkommt. Es gibt auch mal so eine Telekom, die 8% ausschüttet. Ich glaube, die Münchner Rück ist auch so ein Dividenden-Star, die dann so fast an 10% rankommen. Aber über 10%, fast 20% Dividenden-Ausschüttung, das gibt es eigentlich an der Börse nicht. Private Equity schafft das, aber dafür sind eben diese Dividenden-Ausschüttungen auch sehr stark wechselhaft. Also die Höhe der Dividenden-Ausschüttungen hat eine hohe Volatilität. Deshalb ist es auch bei mir nur eine Anlageklasse im Income-Portfolio. Man kann da sehr hohe Ausschüttungen erzielen, doch gute Kursgewinne, aber die Schwankungen sind sehr, sehr hoch. Das sieht man auch gerade wieder, wenn so Zinswänden kommen, also als die Zinsen gestiegen sind, dann sind gerade diese Private Equity-Gesellschaften stark abgestraft worden, weil dann wieder die Angst der Anleger umgeht. Ich möchte mein Geld am liebsten nur in die großen Unternehmen stecken, das ist am sichersten. Aber immer dann, wenn die Zinsen dann wieder sinken, und das ist ja im Moment der Fall, ich trommle ja schon seit Ende letzten Jahres für die sogenannten Small-Cap-Fonds, also die Fonds, die in kleinere börsennotierte Aktiengesellschaften investieren. Und Private Equity ist natürlich nochmal eine Spur interessanter, wenn wir über eher kleinere, nicht börsennotierte Gesellschaften in einem Holding-Mantel sprechen. Ja, das also zum Thema Private Equity. Wie gesagt, ich finde, es ist eine sehr, sehr interessante Anlageklasse. Ich hatte noch versprochen, was zum Thema Heuschrecken zu sagen. Das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her. Da wurde die Firma Grohe, die in Schwierigkeiten war, Grohe kennt jeder, das sind die Armaturen, wurde von einem Private Equity-Unternehmen übernommen. Und der Franz Müntefering von der SPD, der hat also diesen Begriff der Heuschrecken geprägt, die sich über Unternehmen niederlassen und sie ausfressen und dann nur noch abgefressene Felder zurückliegen. Ein furchtbares Bild, das aber so einprägsam war, dass es bis heute benutzt wird, heute allerdings eher so im Zusammenhang mit Hedgefonds, was Müntefering damals gar nicht gemeint hat. Er hat tatsächlich Private Equity gemeint. Und dass seine Bezeichnung auch wirklich sehr, sehr abwertend und nicht fair war, zeigt, dass Ergebnis von Grohe, den Grohe von diesem englischen Investor übernommen wurde, ging es der Firma plötzlich besser. Und auch die Mitarbeiter haben gesagt, Mensch, hätten die uns nicht übernommen, wir wären alle jetzt arbeitslos. Die haben also tatsächlich die Firma Grohe gerettet. Es ist also nicht immer schlecht, was Private Equity-Unternehmen machen. Es ist aber auch nicht immer gut. Es gibt also durchaus auch welche, die sich darauf spezialisieren, Firmen zu übernehmen, die Firmen zu zerschlagen und dann die Einzelteile zu verkaufen. Das könnte man tatsächlich als Heuschrecken bezeichnen. Aber wie gesagt, auch hier geht es immer darum, will ich mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen oder will ich den als Mordwaffe benutzen? Der Hammer kann nichts dazu. Und genauso ist es auch mit der Anlageklasse Private Equity. Das ist nur ein Mantel, eine Anlagemöglichkeit, sagt aber nichts darüber aus, ob das gut oder böse ist. Wie erfolgreich die Anlageklasse ist, das sieht man an den großen Stiftungsportfolios der amerikanischen Elite-Universitäten, also allen voran Yale und Harvard. Die haben ja milliardengroße Fonds, an denen kann man sich nicht beteiligen. Die sind nur für diese Universitäten da. Die legen sehr, sehr breit an. Also Aktien sind dann natürlich eine sehr wichtige Anlageklasse. Aber die haben auch 10 bis 20 Prozent Anteil an Private Equity und sind in der Regel von der Größe der Anlageklasse innerhalb des Portfolios genauso groß oder manchmal sogar größer als der Aktienteil. Und wir wissen, dass diese Stiftungsportfolios sehr erfolgreich sind, teilweise über 20 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaften. Und das mit einer sehr geringen Schwankung, also im Sinne einer Stiftung. Deswegen wird übrigens auch häufig diskutiert, wer ist denn wirklich der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Und häufig wird eben dieser David Swenson, der das Stiftungsportfolio von Yale Managed genannt, weil er diese fantastischen Renditen erwirtschaftet. Berkshire Hathaway ist keine Stiftung, sondern ein Einzelunternehmen, eine Beteiligungsgesellschaft. Ist also schwer zu vergleichen, die beiden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, der Ausflug in diese fremde Welt war interessant. Wer sich für das Thema interessiert, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe also interessante Investmentfonds, über die man in diese Anlageklasse Private Equity investieren kann. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße von Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.